Sie fragen sich sicher, warum ich um dieses Treffen gebeten habe. Tja, ich nehme an, meine Dienste werden nicht länger benötigt. Wie kommen Sie darauf? Nun, es war eine große Freude, Stoffe und Textilien für Sie zu kaufen. Ich hätte es sowieso gemacht, aber wir wussten, es ist ein Testlauf, um die Nachfrage auszuloten. Und ich sagte, nach drei Monaten müsste ich das Geschäft entweder professionell betreiben oder die ganze Sache bleiben lassen. Wir machen's professionell. Oh, oh, das freut mich. Und bitte sagen Sie meinem Nachfolger, ich bin gerne bereit, das bescheidene Wissen über das Verführen. Evelyn, wir möchten Sie gern einstellen. Wir möchten das Geschäft mit Ihnen professionell betreiben. Sie haben Kontakte, Sie haben Geschmack. Wenn Sie falschen würde, ein Esel seine Beine hergeben. Wir möchten, dass Sie unsere Einkäufe leiten, für unsere sämtlichen Geschäfte in diesem Land. Ich bin 79 Jahre alt. Das stört uns nicht, wenn Sie es nicht stört. Ich meine, Sie bekommen ein Team, das für Sie arbeitet, allerdings werden Sie viel reisen müssen. Guten Morgen. Oh. Ich fuhr gerade mit dem Moped vorbei, und wen sehe ich? Naja, von wegen fahren. Das verdammte Ding ist wieder liegen geblieben. Ich muss beschieben. No key. Gee. Und kapsle, dann, oder, äh, und tables aufkannen. Gee, kapsle. Und zwar Pani, wie war das? Guten Morgen. Ach, der Mann ohne Plan, der trotzdem das beste Zimmer bekommt. Ja, das war mir sehr unangenehm. Aber nicht genug, um mit dir zu tauschen. Doch, ich habe getauscht. Gestern, nach dem Abendessen. Wie ist das neue Zimmer? Fast klösterlich. Was ich mag. Sagen Sie dem Inhaber nichts davon. Einverstanden? Er ist liebenswürdig, aber nicht gerade der hellste. Er ist mein Sohn. Und was für ein feiner Kerl er ist. Sie sind bestimmt sehr stolz. Sprich nicht mit den Gästen, Mami G. Nein, nein. Mr. James hat mir eben erzählt, wie wohl ihr sich hier im Hotel fühlt. Ich bin sowohl erfreut, als auch unüberrascht. Aber wirklich, nicht reden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Geh weiter, Mami G. Das Marigold Hotel ist voll belegt. Darum müssen wir expandieren. Daraus könnte eine ganze Hotelkette in Indien und darüber hinaus entstehen. Für solche Menschen wie diese, großartige Lady, die die Chance hatte zu sagen, warum hier sterben. Wenn ich auch dort sterben kann. Sie muss der Glück sein, dass alles hier so gut funktioniert. Ein Traum wird nur wahr, wenn ein Traumteam dran war, Mami G. Vorsichtig, Sie kommen sonst nie wieder hoch. Es gibt sie noch, wenn auch in einem leicht gebeutelten Zustand. Wie lange sind Sie beide schon zusammen? Wir sind nicht zusammen. Na, gute Nacht. Wir sind auch nicht nicht zusammen. Noch ein neuer Gast. Sie kommen wie Lemmingen zum Klippenrand, der das beste Exotic Merigold Hotel ist. Grundgütige Haberbar mit meinen Eierstöcken. Sobald er die winkt, musst du zu ihm auf die Tanzfläche eilen und dich ihm hingeben. Du verkaufst deine eigene Mutter? Nein, nein, nicht doch, nein. Obwohl, doch. Ladies und Gentle, Gentleman, fahren wir zum neuesten Juwelen meiner Krone, zur Perle meiner Auster, ins zweite Best Exotic Merigold Hotel. Zeig ihnen, was du kannst. Ja, Madame. Wie oft können wir unser Leben neu anfangen? So oft wir wollen. Hallo, Douglas. Hallo, Evelyn. Ich konnte der Gelegenheit nicht widerstehen, die alten verfallenden Ruinen nochmal zu besuchen. Und das Hotel wollte ich auch nochmal sehen. Ja, 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 ja. Schöneinigung. 20 Uhr. pid?. Ja, erst. Ich glaube das. Oh, was das. Untertitelung des ZDF, 2020